Herzlich willkommen zu einem neuen Chirurgie-Appetizer, die Nummer 57 zum Böhr-Hawes-Syndrom. Böhr-Hawes-Syndrom, das ist die sogenannte emetogene Oesophagus-Ruptur. Durch eine Episode forcierten Erbrechen ausgelöste komplette Vollwandzerreißung der Speiseröhre oberhalb des Oesophagus- gastralen Übergangs mit konsekutiven thorakalen Infekten Pleura-Empöem, Mediastinitis, Sepsis. Sie lernen hier etwas über die Definition Pathophysiologie, Diagnostik und Therapie des Böhr-Hawes-Syndroms. Sie lernen etwas über die Sepsis-Therapie. Sie lernen etwas über die Sanierung der Infekte, thorakal und seltener abdominell. Und Sie lernen etwas über die Sanierung der Oesophagus-Läsion, dieses Einrisses, Vollwandeinrisses am Oesophagogastralen Übergang im distalen Oesophagus mit dem Endowag, der sogenannte Esosponge, mit dem Oesophagus-Stand, mit der Übernähung und von Duplicatio und als Ultima Ratio, heute nur noch sehr selten erforderlich der Oesophagus-Resektion. Schauen wir uns jetzt die Erstbeschreibung an durch Hermann Böhr-Hawes, der heute ja das Eponym dieser Erkrankung darstellt und die Charakteristika der Entität, die ebenfalls vom Erstbeschreiber bereits exzellent zutreffend beschrieben worden sind. Das ist Hermann Böhr-Hawes, Professor für Botanik und später auch für Medizin und dann noch für Chemie an der Universität Leiden in den Niederlanden. Damals war das so etwas wie das Mecca der Medizinausbildung. Böhr-Hawes war sehr berühmt für seinen Unterricht am Krankenbett. Er hat damit eigentlich begonnen und es heißt 2000 Studenten hörten seine Vorlesungen, die in lateinischer Sprache gehalten wurden. Und er war es, der eine praxisnahe Lehre in der Medizin etabliert hat als neuzeitliche Erfahrungswissenschaft und er hat damals die moderne Arztausbildung begründet. Und dies hier ist die Erstbeschreibung dieses Krankheitsbildes, das heute nach dem Erstbeschreiber Böhr-Hawes-Syndrom genannt wird. Hermann Böhr-Hawes, 1724, Arthrozis, Nec Descripti Prius, Morbi Historia, Leiden, Niederlande. Und zwar beschreibt er darin die Obduktion seines Freundes, des Admiral von Wassenauer. Der war zu dem Zeitpunkt, als er verstorben ist, 55 Jahre alt und hat nach einem opulenten Abendessen selbstinduziertes Erbrechen herbeigeführt und hatte dann einen retrosternalen Vernichtungsschmerz verspürt. Und er ist dann verstorben nach drei Tagen und Böhr-Hawes hat damals die Obduktion durchgeführt. Und da können wir die Obduktionsbefunde nachlesen. Bei Eröffnung des Thorax war ein extremer Gestank nach gegrillter Ente zu riechen. Mageninhalt fand sich in beiden Pleura-Höhlen. Auf der den linksseitigen Oesophagus bedeckenden Pleura war ein Längseinriss zu erkennen. Die Rupturstelle schuf eine Verbindung zwischen oesophagealem Lumen und dem Mediastinum. Auch bei sorgfältigster Untersuchung war kein Zeichen eines Ulkus oder einer anderen Oesophaguserkrankung zu erkennen. Und diese Befunde charakterisieren das Krankheitsbild des Böhr-Hawes-Syndroms so, wie wir es noch heute verstehen. Verbindung zum Mediastinum und zur Pleura, ein Riss, der sich meist links hinten am Oesophagus findet und keine zugrunde liegende Erkrankung des Oesophagus. Also kein Karzinom oder Ulkus oder irgendetwas, was zugrunde liegen würde. Ich habe jetzt versucht, hier mal die chirurgische Anatomie darzustellen und die wollen wir uns jetzt mal anschauen. Das ist der Oesophagus mit Oesophagus-Gastralem Übergang, Magen und Magenfundus. Dann haben wir hier den Hiatus Oesophageus, die Durchtrittstelle durch das Zwerchfell für die Speiseröhre. Und Sie wissen ja auch schon, dass ein Anteil des Oesophagus intraabdominell liegt, so drei bis vier Zentimeter. Abdomineller Oesophagus gehören also nach intraabdominell. Das ist ja auch für die Antirefluxchirurgie wichtig. Und da hatte ich das ja schon erläutert, dass ja dort immer das Ziel ist, eine ausreichende Länge abdomineller Oesophagus im Abdomen zu haben, zur Korrektur eines Zwerchfellbruchs. Dann haben wir hier beidseitig die Pleura. Pleura und Pleura-Höhle und das Mittelfell. Also alles, was in der Mitte ist, wird ja als Mediastinum bezeichnet. Das Herz habe ich jetzt hier der Übersichtlichkeit halber weggelassen. Aber das Mittelfell ist sehr empfindlich für Entzündungsreaktionen. Also wenn man eine Mediastinitis hat, hat man gleich einmal Entzündungswerteanstieg und Fieber. Gleiches gilt natürlich für die Pleura-Höhle, aber das Mediastinum ist fast noch empfindlicher. Und in den Pleura-Höhlen sind dann natürlich die Lungen angesiedelt. Kommen wir jetzt zur Pathoanatomie und Pathophysiologie. Ja, hier haben wir dann den Riss am Oesophagogastralen Übergang. Die Oesophagusruptur nach einer Episode forcierten Erbrechens. Deshalb spricht man auch von der emetogenen Ruptur durch Emesis Erbrechen. Und meistens ist dieser Riss nach links hinten entwickelt. Und dann sprechen wir eben vom Burhave-Syndrom oder Burhave-Syndrom. Also im angloamerikanischen Bereich würde man von Burhave-Syndrom sprechen. Im Gegensatz dazu gibt es eine nicht-transmorale Läsion, einen oberflächlichen nicht-transmoralen Riss. Und das wird als Mallory-Weiss-Läsion angesprochen. Und manche sehen das als eine Kontinuität ein und desselben Krankheitsbildes an. Also Mallory-Weiss, der oberflächliche Riss. Und wenn es transmoral ist, Oesophagusruptur, Burhave-Syndrom. Was ist die Folge? Jetzt können Keime austreten und das tun sie auch. Zunächst gelangen die Keime in das Mediastinum und erzeugen eine Mediastinitis. Wenn die Pleura eröffnet ist, wie in dem von Burhave beschriebenen Befund mit Riss der Pleura, dann entsteht ein Pleura-Empüem. Das ist natürlich zunächst flüssig und verschwartet dann zunehmend. Und dann gibt es so eine richtige entzündliche Pleura-Schwarte. Und in selteneren Fällen kann der Riss auch nach intraabdominell Anschluss gewinnen. Aber meistens ist er etwas oberhalb vom Zwerchfell. Auch wenn das jetzt hier etwas anders gezeichnet ist, ist die Läsion normalerweise etwas oberhalb vom Zwerchfell und gewinnt normalerweise nur Anschluss an die thorakalen Höhlen, also ans Mediastinum und an die Pleura. Thorakale Infektionen können dann zur Sepsis führen, zur mediastinalen Sepsis oder zur pleuralen Sepsis. Und bei der Peritonitis kann seltener, deshalb kleiner geschrieben, auch mal eine abdominelle Sepsis die Folge sein. Ganz entscheidend ist dabei der Faktor Zeit. Immer wenn es um eine Sepsis geht, ist die Zeit ganz entscheidend. Und in Studien, in denen das dann aufgearbeitet worden ist, sind da dann Zeitintervalle untersucht worden. Und je früher ein Patient kommt mit einem Problem, so einem Behaveris, desto besser ist dann die Prognose. Denn es kommt immer an auf das Ausmaß der thorakalen Infektionen und der Sepsis. Schauen wir uns jetzt die Diagnostik an. Wir brauchen wie immer eine gründliche Anamnese und klinische Untersuchung. Günstig ist, wenn man daran gedacht hat, zu fragen, ob erbrochen wurde. Dann brauchen wir das Laborentzündungsparameter. Schauen, ob der Patient septisch ist. Und dann brauchen wir eine Computertomographie. Die zeige ich Ihnen dann gleich. Gegebenenfalls einen Oesophagus-Brei-Schluck und eine ÖGD, um herauszufinden, wo denn da jetzt das Loch an der Speiseröhre ist, was wir basierend auf der Computertomographie schon vermuten. So, jetzt gucken wir uns hier mal ein CT-Thorax an. Ein typisches CT beim Behave-Syndrom. Hier in der transversalen Schicht und im Lungenfenster. So sieht das in der Übersichtsaufnahme aus. Da sind die Schichten eingezeichnet, die wir uns jetzt angucken werden. Geht oben los. Wir gucken ja immer von unten auf den Patienten und fahren von oben nach unten durch. Patient wird durch CT geschoben. Und hier sehen wir jetzt schon im Bereich des rechten Lungenhilus Luftfiguren. Da ist schon ordentlich Luft. Paratracheal zwischen Lunge und Trachea. Und jetzt da ist noch mehr Luft. Überall Luft. Ganz viel Luft. Aufgelockertes Gewebe. Durch Luft aufgelockertes Gewebe. Auch um die Aorta herum ist eine Luftsichel zu erkennen. Und hier rechte Hilus. Also da ist besonders viel Luft. Die erkennt man im Lungenfenster natürlich besonders gut. Jetzt ist so ein bisschen hier im linken Hauptbronchus ein bisschen was verschattet. Und da geht es auch in einen Pleuraerguss über. Ein bisschen Pleuraerguss ist schon da. Da scheint also etwas Flüssigkeit zu sein. Jetzt das CT in der frontalen Rekonstruktion. Frontale Schicht. Und da gucken wir jetzt auch so durch. Für uns Chirurgen ist ja diese Schichtung immer angenehmer. Wir sehen hier das Herz. Aortenknopf. Die Pulmonalarterie. Und jetzt sehen wir schon unten beim Hiatus. Da sehen wir schon größere Mengen Luft. Man sieht es fast besser als im Weichteilfenster. So hier sehen Sie diese ganze großen Mengen Luft im Mediastinum. Da habe ich sie mal eingezeichnet. Da haben wir ein massives Mediastinalemphyseum oder auch Pneumomediastinum. Also dieses ganz schwarz zu erkennende hier sind die Luftfiguren durch die dort ausgetreten Luft. Aus der Speiseröhre bei Speiseröhrenruptur. Und wir sehen auch den Pleuraerguss auf der linken Seite. Ist ja auch schön zu erkennen. Patient liegt ja. Und aus diesem Grunde sehen wir jetzt hier, dass das hier sich hinten ansammelt. Wenn wir jetzt in der Schicht von vorne ja nach hinten durchgehen, finden wir hinten den Erguss. Und wir hatten schon an anderer Stelle ein Pneumomediastinum oder Mediastinalemphyseum besprochen. Chirurgie Epitizer Nummer 38. Da hatten wir über das spontane Mediastinalemphyseum gesprochen. Veröffentlicht worden ist das Video am 22.06.2021. Und das dürfen ruhig noch einige anschauen. Das ist nämlich bis jetzt erst 626 Mal angeguckt worden. Ist aber interessant, dass Sie diese Mechanismen, die Pathophysiologie, die da dahinter steht, ruhig verstehen. 48 Likes dürfen auch noch mehr werden. So, jetzt hatte ich ja schon gesagt, mit der ÖGD schaut man sich dann die Morphologie an, wie die Läsion aussieht. Und so könnte das aussehen. Wir sehen etwas Blut. Wir schauen zum Oesophagogastralen Übergang. Und wir sehen hier die längs gerichtete Läsion. Klafft hier ordentlich. Und wir haben hier einen transmuralen Riss. Also da ist die Speiseröhre transmural durch alle Wandschichten gerissen. Und diese Läsion sieht so ganz ähnlich aus. Das sieht eigentlich immer ähnlich aus. Hier sehen Sie hier die Läsion. Auch ein transmuraler Riss. Also kein kleiner oberflächlicher Schleimhautriss wie bei der Mallory-Weiss-Läsion, sondern ein transmuraler Riss und damit ein Böhr-Havesyndrom. Wenn Sie die beiden Bilder hier miteinander vergleichen, ziemlich an ähnlicher Stelle diese längs gerichtete Läsion meistens wie hier nach links hinten entwickelt beim Böhr-Havesyndrom. Kommen wir jetzt zur Therapie. Die Therapie besteht natürlich immer einerseits aus der Behandlung der Sepsis, der Behandlung der Infekte in den Körperhöhlen, Kompartimenten, insbesondere Mediastinum und Pleura und dann letztlich der Behandlung der Läsion am Oesophagus. Und das alles hier fällt unter Fokussanierung. Wir müssen ja immer den Infektfokus sanieren, der die Sepsis unterhält. Also meistens unterhält ja ein Infektfokus eine Sepsis und den muss man beseitigen, um die Sepsis zu behandeln. Die Sepsis an sich muss durch Intensivtherapie adressiert werden. Und da geht es darum, die systemische Entzündungsreaktion einzudämmen. Da verwendet man Antibiotika. Und das konsekutiv, also in Folge auftretende MOV, Multiorganversagen, muss therapiert werden. Und die Intensivtherapie kann zum Beispiel das Herz-Kreislauf-System unterstützen, Lungenversagen behandeln, Nierenversagen etc. Verschiedene Organsysteme können unterstützt werden. Herz-Kreislauf-Unterstützung wären zum Beispiel die Katecholamine. Lungenversagen wird mit Beatmungstherapie behandelt oder auch, Sie hören das ja heute häufig, mit der ECMO. Nierenversagen kann durch Nierenersatzverfahren behandelt werden, Hämofiltration, Hämodialyse. Behandlung der Infekte in den Körperhöhlen bedeutet Therapie des Pleura-Empöem, Therapie der Mediastinitis und, falls eine dabei ist, Therapie der Peritonitis. Aber ich hatte ja schon gesagt, Pleura-Empöem, Mediastinitis sind da häufiger. Ganz selten nur eine Peritonitis. Also nach Abdominal reißt das normalerweise nicht ein. So, wie machen wir das jetzt? Thorakale Infektionen drainieren, also Mediastinitis Pleura-Empöem. Da müsste man bei dem Pleura-Empöem zunächst mal eine Drainage legen, Bühlau-Drainage. Da wird also die Drainage in den Pleura-Spalt eingebracht und dann kann ein flüssiges Erguss, ein ganz frühes Pleura-Empöem abgelassen werden. Aber meistens reicht das nicht aus. Meistens erfordert das dann doch die sogenannte Dekortikation. Also da muss man Entzündungsschwarten, entzündliche Entzündungsschwarten abtragen und das nennt sich dann Dekortikation und das kann man heute häufig auf dem Wege von WAZ videoassistierte Thorakoskopie erledigen und erforderlichenfalls muss man eine Thorakotomie machen und das auf dem Wege der Thorakotomie ausräumen, die Dekortikation durchführen. Kommen wir jetzt zu den Therapieoptionen, die wir haben, um die Läsion an der Speiseröhre zu versorgen. Und da unterscheiden wir zunächst mal interventionelle und operative Verfahren. Interventionell und ich habe es so aufgebaut, weil das bei uns wirklich an erster Stelle steht, die Endowag-Therapie mit einem endoskopisch platzierten Schwamm, an dem gesaugt wird. Dann die endoskopische Stentplatzierung. Dann als drittes die Übernähung und Deckung der Übernähung mit einer Fondoplicatio, in diesem Fall Nissen Fondoplicatio Vollmanschette. Und als Ultima Ratio, wenn gar nichts mehr anderes geht, die Oesophagusresektion und Anlage einer Speichelfistel. Und verschiedene Faktoren können diskutiert werden als Basis für eine maßgeschneiderte Verfahrenswahl. Und das sind unter anderem der Zeitpunkt der Diagnosestellung, das Ausmaß der thorakalen Infekte und der Sepsis und die Größe der Läsion. Bei frühzeitiger Diagnosestellung und geringem Ausmaß der Infekte und der Sepsis oder wenn gar keine vorhanden ist. Und wenn die Läsion nur klein ist, dann kommen eher die interventionellen Verfahren in Betracht. Und wenn die Diagnose spätgestellt wird, die Sepsis bereits massiv ist und die Läsion groß ist, dann muss man eher Richtung operative Versorgung gehen. Schauen wir uns jetzt die Endovac-Therapie an, die Therapie mit dem Esosponge. Der Esosponge, also dieser Schwamm mit Magensonde dran, wird auf endoskopischem Wege unter Sicht und unter Durchleuchtungskontrolle in der Höhle hinter der Läsion platziert. Also vorzugsweise wird das in dieser Insuffizienzhöhle hineingeschoben, um die dann auch wirklich trocken liegen zu können. Da wird ein Sog angelegt, minus 100 Millimeter Hg zum Beispiel. Und das Prinzip ist das Evakuieren dieser Höhle, das Trockenlegen. Im Grunde dem alten Leitsatz Ubi Pus, Ibi Evaku, erfolgend. Wenn da natürlich Ente drin ist, werden Sie das nicht vollständig absaugen können. Das ist dann natürlich immer der Nachteil, wenn da richtig festes Material drin ist. Also sauber sollte diese Höhle schon sein, damit das Prinzip funktioniert. Aber es ist erstaunlich, was für Erfolge man damit erzielt. Und bei den in ein-, zwei-, dreitägigen Turnus durchgeführten Wackwechseln kann man dann endoskopisch kontrollieren, wie diese Höhle kleiner wird und wie man die Läsion dann zunehmend zubringt. Wir hatten uns das schon angesehen im Chirurgie-Appetizer zum Oesophagus-Karzinom. Der wurde am 03.04.2021 veröffentlicht. Sehr erfolgreich 6200 Aufrufe und 270 Mark-Ich-Bewertungen inzwischen. Und auch da hatten wir schon diskutiert, dass Management einer Anastomoseninsuffizienz mit dem System des Endowag, der sogenannte ESO-Sponge mit Handelsnamen. Und hier sehen Sie mal eine Serie von Bildern, wie das dann aussieht. Also im oberen Bild sehen Sie hier, wie der Wackschwamm dort intraluminal einliegt. So sieht er in Natura aus. Und hier in den anderen Bildern ist eine schon sehr gut ausgeheilte Läsion zu erkennen. Sie können den Längsriss noch erahnen, den Sie vorhin im initialen Bild gesehen hatten. Und hier ist jetzt schon eine sehr gut ausgranulierte Läsion, die dabei ist, sich zu verschließen. Also man kann nur noch andeutungsweise ein Ulkus erkennen. Und am unteren Ende ist mit einem Clip gearbeitet worden. Der dient der Markierung, um dann unter Durchleuchtung das untere Ende der Läsion zu erkennen, die ja sonst auf der Durchleuchtung nicht so ohne weiteres zu abzuschätzen ist. Hier sehen Sie noch ein anderes Beispiel. Ebenfalls hier wieder ein ESO-Sponge in situ. An dem geht noch eine Magensonde in den Magen vorbei. Und auf der rechten Seite sehen Sie eine fast perfekt bereits aus oder eigentlich perfekt ausgeheilte Läsion. Kein Ulkus mehr und keine transmorale Läsion mehr zu erkennen. Kommen wir jetzt zur endoskopischen Stentplatzierung. Die funktioniert ja so, dass endoskopisch der Stent platziert wird und dann entfaltet wird. Und der hat oben und unten so eine sogenannte Tulpe, die das Verrutschen verhindern soll. Aber Sie sehen jetzt auch schon den Nachteil eines solchen selbstexpandierenden, gecoverten Metallgitter-Stents. Der dichtet das natürlich nur ab und der saugt nichts ab. Und eine Höhle, die sich dahinter befindet, die muss eventuell dann doch noch auf andere Art und Weise trainiert werden. Denn das Prinzip ist ja eigentlich das Evakuieren von Sekreten, damit es heilt. Und nur Abdichten der Läsion kann zu wenig sein. So sieht ein Stent in situ aus. Da ist so ein Faden dran. Wenn man den Faden zieht, dann kann man den Stent damit wieder zusammenziehen. Also der ist auch wieder entfernbar. Und so würde ein in situ platzierter Stent aussehen. Ein Problem bei diesen Stents ist, dass die gerne mal verrutschen. Dann rutschen die in den Magen ab und so gut verankern lassen die sich auch nicht. Also mit der Stent-Therapie hat man bestimmte Vorzüge, aber auch gewisse Probleme. Kommen wir jetzt zu den operativen Verfahren über Nähung und Deckung mit Nissen von Duplicatio. Das funktioniert so, dass die Läsion übernäht wird auf dem Wege der Laprotomie. Also dafür muss man schon einen Bauchschnitt machen. Laparoskopisch wird das in der Regel nicht so gut funktionieren. Zumal ich ja gesagt hatte, dass die Läsion meistens nach links hinten entwickelt ist. Und da kommt man laparoskopisch natürlich nicht so ganz so gut dran. Und dann ist als nächstes natürlich auch das Mediastinum zu drainieren. Da wird man eine Drainage hochschieben in das Mediastinum. Man wird auch Pleura-Drainagen platzieren und eventuell eine Pleura-Dekortikation machen. Wobei so früh ist da meistens noch keine Pleura-Schwarte. Die entwickelt sich meistens dann erst später. Und dann wird die Fundoplicatio durchgeführt. Das heißt, hinter der Speiseröhre wird der Magen herumgezogen und dann zu einer Vollmanschette in der Technik nach Nissen gebildet. Und der Grund für die Vollmanschette ist, wenn Sie jetzt da anfangen im Sinne von Toupet oder DOR an der Wand der Speiseröhre, die ja sehr mazeriert und sehr zerstört ist, was anzunähen. Das wird wahrscheinlich nicht so gut halten. Da ist es besser, eine Manschette zu nehmen, wo Manschettenanteil trifft und das dann aneinander zu nähen. Die damit einhergehende erhöhte Dysphagierate spielt in dem Moment, wo es um das Überleben geht und um das Ausheilen einer Läsion am Oesophagus im Prinzip keine Rolle. Rudolf Nissen hat dieses Verfahren entdeckt im Zusammenhang mit der Behandlung von Oesophagus-Rupturen. Nissen, das haben Sie ja im Chirurgie-Epethäser zur Refluxkrankheit vielleicht schon gehört, war Schüler von Ferdinand Sauerbruch. 1930 wurde er zum Professor für Chirurgie ernannt, musste dann allerdings während des Nazi-Regimes zunächst in die Türkei und dann in die USA emigrieren und kehrte dann erst 1952 nach Basel, nach Europa zurück. Und er gilt oder ist de facto der Erfinder der 360 Grad von Duplicatio. Und das soll so gewesen sein, dass er Patienten behandelt hat, wo er dieses Verfahren angewendet hat zur Deckung einer Nahtstelle nach Oesophagus-Ruptur. Und dann haben die Patienten hinterher gesagt, oh ja, jetzt ist die Läsion übernäht, aber jetzt habe ich auch keinen Reflux mehr. Und so ist gefunden worden, dass diese Operation auch hilft gegen Reflux, gegen Sodbrennen. Und so, das war im Prinzip dann im Nebenschluss die Geburtsstunde der Anti-Reflux-Chirurgie. Ja, das waren die beiden Videos Gastro-Oesophagiale Refluxkrankheit. Das erste kam im November 2021, die Neuauflage jetzt dann im November 2021. Und insgesamt sind die beiden Videos über 3000 Mal angeschaut worden und über 150 Mal geliked worden. So, jetzt wollen wir dann als letztes noch die Oesophagektomie und Speichelfistel als Ultima-Ratio-Verfahren als letztes Mittel erwähnen. Man kann eine Diskontinuitätsresektion machen. Die kann man stumpf machen. Transhiatal-Transmediastinal nennt man das. Also man kommt durch den Hiatus. Man präpariert rauf durch das Mediastinum. Man spricht auch vom Stripping des Oesophagus. Also strippen kann man nicht nur varizen am Bein. Auch der Oesophagus lässt sich strippen. Wenn man keine onkologische Operation machen muss, ist das auch okay. Und dann wird die Speiserüge quasi aus dem Mediastinum heraus gestrippt. Und dann erfolgt das Ausleiten des Zervikalen Oesophagus als Speichelfistel. Das ist dann eine Diskontinuitätsresektion. Das heißt, wir machen hier oben eine Speichelfistel am Vorderrand des Musculus sternocleidomastoidius. Da muss das ganz akkurat herausgenäht werden, damit nichts ins Mediastinum mehr reinläuft. Und hier unten machen wir den Blindverschluss an Magen und Cardia. Und Sie sehen schon, was dann hinterher als zweizeitiger Schritt erfolgen kann. Da kann man dann den Magenhochzug zur Rekonstruktion machen. Alternativ ein Kuloninterponat. Allerdings ist das Ganze heute nur noch sehr selten erforderlich. Meistens ist organerhalten möglich. Und das Beste aus unserer Sicht hier in Salzburg die Endovac-Therapie. Sie kennen jetzt die Definition Pathophysiologie, Diagnostik und Therapie des Börhawe-Syndroms. Sie wissen etwas über die Sepsis-Therapie und die Sanierung der Infekte, Thorakal, gegebenenfalls abdominell. Und Sie wissen auch, wie man die Oesophagus-Läsion sanieren kann mit Endovac, Isosponge, Oesophagus-Stand, Übernährung plus Fundoplicatio bis hin zur Ultima Ratio Oesophagus-Resektion. Und wir haben wieder einen Kandidaten für die chirurgische Ruhmeshalle. Hermann Börhawe gehört da klarerweise hinein. Und der ist aber schon auch in einer richtigen Ruhmeshalle, nämlich in der Valhalla in Regensburg. Da können Sie die Büste von Hermann Börhawe jetzt schon bewundern. Und Rudolf Nissen ist ja ebenfalls schon auf dem Weg in die Ruhmeshalle. Da wird es demnächst eine neue Auflage geben. Rudolf Nissen ist ja bereits im Chirurgie-Appetizer zur Gastro-Oesophagie an Reflux-Krankheit gerühmt worden. Ja, das war's. Das 57. Video der Chirurgie-Appetizer-Serie. To be continued. 57 Videos. Inzwischen sind es also 57 Videos mit diesem. 24 Stunden, 43 Minuten und 24 Sekunden Gesamtspielzeit, wenn Sie sich alles ansehen wollen. Nur die relevanten Videos natürlich. 141.357 Aufrufe hat der Kanal und 6.752 Likes. Vielen Dank dafür. Und der Kanal hat jetzt mit heute 3.425 Abonnenten. Und wenn Ihnen das Video gefallen hat, bitte liken Sie es, abonnieren Sie den Kanal und nutzen Sie gerne auch die Kommentarfunktion. Bis zum nächsten Mal.